hey freunde schön dass wieder dabei seid ja mein name ist aber noch dennis wir sind immer noch auf der insel sylt urlaub ist angesagt und ja heute möchte ich euch zehn dürfte vorstellen für ja schlechtes sommerwetter aber trotzdem habt ihr bei diesen dürften gute laune auch wenn das wetter wirklich schlecht ist und ganz ehrlich also ich weiß nicht wie es in mitte deutschland ausschaut und süddeutschland aber allgemein glaube ich habe ich gehört dass ganz deutschland verregnet sein soll und ganz ehrlich die temperaturen sind nicht wie sommer sondern wie herbst das 100 das hier so alles ein bisschen ab wie es allgemein so in diesem land ist mehr sage ich aber nicht aber ich möchte euch jetzt es ist ziemlich spät viertel nach zwölf nachts beziehungsweise morgens und ich nehme für euch im urlaub ja das video auf das mache ich natürlich gerne und ich zeige euch jetzt sehen dürfte wo ihr trotzdem bei diesen schmuddel wecker wetter sorry dreckswetter wie auch immer regenwetter gute laune haben könnt so der erste gil zander sun man ja ich sage ja immer das ist der beste beach duft ja das ist auch nur am strand kann man nicht gehen bei diesem wetter es ist einfach unmöglich aber sprüht ihn auf zu hause oder wenn ihr ein bisschen unterwegs seid zum beispiel hier für insel ist man ja trotzdem ein bisschen unterwegs man geht in die stadt wenn schlechtes wetters und man geht essen wie auch immer auf jeden fall dieser duft ist einfach wer es immer noch nicht weiß body lotion sonnencreme sand stronne sonne stronne sonne ihr fühlt euch einfach am strand bei wärme und es ist einfach ein sommer duft das ist absolut geiler sommer duft und ja ihr solltet diesen duft wenn ihr noch nicht kennt auf jeden fall mal testen so der nächste ist der louis beton pacific chill und das ist der ganz neue sommer duft von nur beton mit der afrikose wie immer so schön sagen und ja das merkt ihr ihr merkt einfach auch die die nicht quitte wollte ich gerade sein das ist ein anderer duft ich meine das ist der deutsch amafi mit quitte da kommen wir schon ein bisschen durcheinander weil diese inhaltsstoffe ja nicht so oft vorkommen meistens ist der bergamotte zitrone etc pp nein daten daten sind ja auch drin und die süße man merkt das aber trotzdem habt ihr die frische wie war ihr mechination ungefähr und dann dazu die ab frikose und ja ist ein sehr cooler begleiter und dazu wie gesagt ein bisschen fruchtig leicht süß und wie gesagt ab frikose ich wiederhole es und die daten das ist der hauptpunkt in meiner nase und ja pacific chill ist ein schönes release geworden jetzt so und dann hat wer und dann haben wir mein gott was denn heute los ja es ist spät eben aber egal arkansas 44 java street den habe ich letztes jahr hier auf die insel gekauft und das ist so ein schöner süßer was heißt süßer es angehaucht süß schöner ingwer duft richtig nice muss man da wirklich betonen dazu gesellt sich limette und eukalyptus das hat schon was eukalyptus und irgendwann merkt ihr am meisten limette rose ist alles so wirklich wirklich du bist im background und auch der geile verkostet geiler flockung hält seine 7 8 9 stunden und ich muss immer spielen das ist schon nice was herrlich diese frische aber irgendwann und eukalyptus eukalyptus wirklich auch im background mehr ingwer der ist lecker ihr solltet den testen alle denen nach mir also nachdem ich den mal vorgestellt ist schon ein bisschen her haben sich den geholt und sie sind begeistert leute holt euch diesen duft absolut geiler duft so der nächste ist denn der sirakusa von gritti der neue so wenn er den das erste mal riecht aufspult sagt ihr euch okay aber den im sommer weil süß und mandel die mandel ist gleich am start in der kopfnote aber ihr bekommt sofort eine coole frische trotz der süße das ist ja wie bei erba pure ihr kennt das und richtig nice muss ich da auch betonen und der ist schon lecker zitrusfrüchte kommen noch dann vanille so eine cremige vanille und wie gesagt an anfang wie er sagen so fand die mandel und ja das ist ein sehr cooler sommer duft geworden und er hält auch wirklich seine acht neun stunden und er ist auch sehr präsent und stark also wenn ihr einen guten begleiter der trotzdem frisch und trotzdem ja so ein bisschen sommerlich wirklich riecht und ein bisschen süßer hat dann den neuen gritti der nächste ist le parfum und zwar le beau also le beau le parfum von jean porcoutier und das ist ein sehr starker duft den solltet ihr ihr abends benutzen im sommer und ihr müsst ihr nicht viel wissen es ist ein pinaculada duft natürlich könnt ihr den noch am tag benutzen aber es ist eher so also das original le beau ist für den tag und der le parfum ist für abends aber egal ihr könnt ihr noch einen tag tragen aber das ist wirklich kokosnuss in the face auf die fresse und der pinaculada ihr müsst nicht mehr wissen das ist ein kokosnuss duft von allerfeinsten süß kokosnuss und dann so ein bisschen die ja limette und ja wie pinaculada wer pinaculada kennt das geserf der kennt diesen duft der duft ist gut der funktioniert also das ist gut und wirklich bombastische heilbarkeit bombastische heilbarkeit so der nächste duft kommt aus australien und man denkt wirklich man macht dort am strand am strand urlaub und zwar pacific rock moors von goldfield and banks yes da habt ihr zitrone aquatische noten und küsten moos küsten moos ja der ist aber auch geil es ist ein ganz anderer und geiler sprühe das ist auch irgendwie ganz andere aquatischer duft der gefällt mir richtig gut der ist lecker frisch kühl also kühlt gut ab dann wie gesagt leicht musik aquatisch zitrisch und ja so müsst ihr euch diesen duf vorstellen dann habt ihr black moos nein pacific rock moos nicht black moos ein guter ableger vielleicht mal den pacific black rock moos zu kreieren und ja ihr solltet ihn testen also das ist ein schöner duft und also neben dass die ich jetzt ein bisschen böse wenn ich ein bisschen durcheinander wenn es ist schon spät es war ein trotzdem anstrengender tag und ja man ist mit sohnemann immer in action und ja pacific rock moos ist aber am start und ja ich komme jetzt so ein bisschen runter müsst ihr auch so mal bedenken also es ist auch hier nicht ist auch viel arbeit ist nicht einfach vor die kamera setzen und ich mache das in fünf minuten nein ich könnte noch so einiges anderes sagen im moment was mich so ein bisschen an nervt ehrlich gesagt aber nicht jetzt vielleicht ein anderer malen aber ja denkt lieber an diesen duft der funktioniert aktuell auch gut es geht ja darum wenn auch also es ist ja einfach für die gute laune ihr habt mistwetter trotzdem funktioniert dieser duft er macht einfach laune ihr könnt diesen duft also auch natürlich logischerweise zu hause tragen und bekommt ihr ein bisschen mehr sommer so der nächste ist pomelo sorrento von gritti auch die werde ich mal einblenden weil den habe ich nicht mitgenommen ich habe ihn aber wie gesagt nicht mit und das ist ein ja es ist ein grapefruit duft von aller feinsten das war schon ein sehr großer hype letztes jahr wurde herausgekommen ist im sommer und der pomelo centro gefällt mir wirklich gut wie gesagt das ist ein sehr frischer auch leicht zitrisch aber grundsätzlich ein grapefruit duft und der haut schon richtig gut rein dazu minze frucht und grüne noten es ist grün und ich trage den super gerne ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen aber ehrlich gesagt es ist auch nicht so schlimm es regnet nun das widerspricht sich ein bisschen mit diesem video aber ich kann wie gesagt auch nicht über 900 dürfte mitnehmen in urlaub auch wenn das unsere wohnung ist hier aber das funktioniert anderweitig natürlich nicht ich habe genug mit ich werde sie euch auch noch mal vorstellen die ich mit habe die das das video kommen natürlich auch noch und ja auf jeden fall pomelo seren solltet ihr auf dem schirm haben so der nächste ist mandarin oder marfi aqua den gibt es leider nicht mehr aber das ist für mich so der borer borer duft von tom ford und wenn ihr diesen duft benutzt also ihr habt ihr seid einfach auf borer borer wer schon mal auf borer borer war das ist ja das kann das das kann man eigentlich nicht beschreiben man man kann das einfach nicht beschreiben die rohle ist in diesem duft drin auch man merkt das auch ein bisschen aber lasst euch nicht abschrecken und kommt gar nicht auf die die 4711 nein natürlich hat spielt das immer so ein bisschen im background mit aber die mandarine die da an die oder bei diesem duft dabei ist ist sowas von genial mandarinen roli und dann wirklich eine frische eine sommerliche frische die sowas von einfach genial ist dann die bergamot die johannesbeere hat dieser duft glaube ich es ist einfach für mich immer weil dieses heftig geile wasser auf borer borer und so weit oder auch mal die die wenn also obwohl borer borer mal die die borer borer ist das teuerste urlaubsziel der welt glaube ich also ja und mal die die borer borer da ist noch ein unterschied wirklich es ist wirklich noch ein unterschied aber wir wollen nicht abschreifen wir sind hier kein urlaubskanal wir auch mal nicht schlecht aber es geht um den duft und der ist wirklich sehr sehr nice wenn ihr dennoch bekommen könnt den aqua der markt der fliegt bestimmt irgendwo rum dann holt auf euch holt euch auf jeden fall diesen duft so als nächstes kommt erba purer so erba purer macht einfach laune weil er süß ist fruchtig und funktioniert einfach ja wenn es warm ist wenn es kalt ist wenn es mistwetter ist es funktioniert einfach so und bei den leuten die diesen duft mögen funktioniert einfach ihr müsst nicht viel wissen sind einfach fruchtige noten ohne ende und dazu einfach zucker sie sei ein süßer fruchtiger duft punkt so an mir müsst ihr nicht wissen mehr werde ich auch nicht erwähnen weil erba purer wer kennt erba purer nicht ich könnte natürlich sagen bergamot der zitrone ja fruchtige noten und so weiter ihr kennt das spiel ne seite rein und hell gespielt und das ist ein geiler duft der funktioniert da kriegt er gute laune wer den duft natürlich nicht mag da gibt es auch einige dann wäre das natürlich nichts mehr aber der welt dann wäre das wahrscheinlich auch nicht bei unbedingt bei diesem duft was bei vielleicht auch nicht bei dem pazifik chill das ist nicht ganz zu vergleichen aber trotzdem hat er eine süße es gibt ja leute die gar nicht das mögen dann fällt das weg so und zu guter letzt haben wir eben den searcher 40 nuts ja 40 nuts ist ein sehr geiler duft ein zwar stärkerer duft vor dingen ein ja wuchtiger duft würde ich auch schon betiteln für den sommer aber was ihr habt einfach was ach dieser duft ist nice wie soll ich das sagen ihr habt was seitiges mehr also die meeresbrise aber nicht hier wie nichts quit von solos oder solos wie auch immer nicht mega mehr von auto paris nein nicht sowas sondern wirklich das ja das swingt so im background mit und dann habt ihr einfach was süßes also ihr habt dazu und auch was süßes das sind auch holzige noten leicht würzige noten der honig ist am starr das honig drin das sagen oder da würden jetzt viele sagen aber auch honig bei wärme das ist aber wie bei erba puga es ist ein frischer fruchtiger duft und hier haben wir einfach einen süßen ja nicht aquatisch ist er nicht nein er ist einfach ein er ihr habt was salziges und eben den das süße durch den honig mehr ist es eigentlich auch nicht und wissen heutzigkeit das ist ein geiler vor den arts und der funktioniert das ganze jahr aber eben auch jetzt und es ist ein gentleman und ihr bekommt einfach bock auch wenn es gerade wenn es regnet gerade wenn es regnet ist dieser duft wirklich nice und da liegt die betonung auf nice wie der dog was man schon sagt ja und wenn ich ein bisschen leiser rede aber das sollte das mikrofon eigentlich machen ist es eigentlich nur weil mein sohn natürlich auch schläft um diese uhrzeit ja leute das war es zehn dürfte für schietwetter wie man in hamburg sagt aber wir sind ja aktuell nicht in hamburg sondern auf der insel süd und ja ich glaube nicht dass der sommer noch wirklich wieder kommt aber er soll mit august an mein geburtstag am 8 habe ich geburtstag damit wahrscheinlich auch das wetter nicht mit spiel aber was soll es egal ich lasse mir nicht die ich werde keine schlechte laune haben ich habe meine dürfte hier wir haben urlaub selbstverständlich ne also selbstständig man hat nicht kann man hat kaum urlaub aber man macht das beste draus und ich bin workaholiker das ist ich habe so ein so mal was zu tun und macht was aber trotzdem ich mache auch urlaub also keine angst ich entspanne auch nicht so wie sein soll aber weit mehr als in hamburg und so weiter und ja ich bin für euch am start und ja die dürfte die ich jetzt natürlich eingeblendet habe habe ich also keine angst dass ich irgendwas von fährt jetzt für die neuen bleibt also hier drückt die glocke abonniert meinen kanal und grüße an die mitglieder noch mal ihr seid immer am start finde ich super auch für die neuen mitglieder die neu am start sind und also werdet gern mitglied unterstützt diesen kanal weil wie gesagt es auch ein bisschen arbeit ist nicht einfach so hinsetzen und machen und ja wir haben gerade ein sommerloch und allerdings auch wieder nur hier in deutschland und naja egal lassen wir es einfach so stehen und ja dann denke ich mal sehen wir uns bald wieder ohne und wir sehen uns bald wieder die